Also das sind typische Instrumente, die ein Drachenflieger an seinem Gerät bei sich führt, die ihm die Höhe anzeigt und vor allem das Steigen und Sinken von sich selbst, weil man das beim Fliegen schwer erkennen kann vielleicht. Und da gibt es einen hohen Ton und einen tiefen. Genau, der tiefe Ton, da sinkt man und beim hohen Ton, da steigt man. Man hat dieses auch nochmal digital auf der Anzeige, was ihr vielleicht nicht wirklich erkennen könnt, aber den Ton hört man auf jeden Fall. Das was ihr jetzt gehört habt, obwohl es steht, sind die Schwankungen im Luftdruck. Nehme ich an.